Hi und herzlich willkommen zurück hier bei Red Dead Redemption 2 und das Ding ist, ich dachte, ich hätte jetzt eigentlich noch eine Mission, die ich gerade verfolgen muss, zwecks, da ist ja noch jemand, ne, der da ein bisschen Ärger macht, aber, hm, war dem halt doch nicht so, jetzt muss ich mal gucken. Oder doch, oder nicht, oder warte mal, ach doch, äh, äh, okay, das, das sah jetzt bloß, das sah jetzt bloß auf der, äh, auf der Minimap so aus, als ob das hier gleich um die Ecke wieder wäre, ne, ist es natürlich nicht. Ja, ja, alles klar, aber ich fand es schon mal interessant, dass wir, äh, auch noch mehr Steckbriefe kriegen können, das Ding ist, wir müssen ja erstmal, ach so, ja, Pferdchen macht ja eh nicht schneller, äh, wir müssen ja erstmal genug Kohle, ah, schön, ähm, erstmal genug Kohle zusammenkriegen, damit wir das auch dann regelmäßig abbezahlen können, was uns wahrscheinlich eh nie gelingen wird, aber, gut, wir wissen ja, wir wissen ja, wo die Reise eigentlich hingeht mit ihm, aber schön, dass ich jetzt erstmal mit meinem Pferdchen ein bisschen mehr Verbundenheit habe, vielleicht hat der Krümel ja doch die Chance, zu einer Lasagne hier zu werden, wer weiß, vielleicht sollte ich auch mehr auf der Straße sein, wenn es eh da lang geht, ich glaube, da, das schadet unserem, unserer Ausdauer, oder Ausdauer von unserem Pferdchen nicht so dolle, Nein, ich kann mir schon vorstellen, wo das da ist, nämlich da, wo der Rauch rauskommt, aber das müsste doch der alte eigentlich aus dem ersten Teil sein, oder, der uns, äh, eigentlich immer geholfen hat, mehr oder weniger Ähm, 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 ach, war das eine Schlange? Naja, naja, haben wir schon mal schöner gesehen, na, dann gucken wir mal, das müsste doch wirklich der alte sein, Gleich Oh, es war doch nicht nur diese Hütte Na gut, wir gucken mal Guten Tag Ich hoffe, so Wer ist hierin? Nichts, Mister Das ist ein Land der free Haha, das nicht so sicher Hübsch, ich kaufe diese Lande Ich bin, 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 dass die Leute müssen irgendeine Linke Wer ist das? Ich bin, ich bin, ich bin, ein bisschen fainterin, Mann, der sagt, dass er die Lande ählen Oder er wird es unser Lande Wer ist es? Ist das nicht der Alter da hinten? Oder? Nee. Nee, ist er doch nicht. Geld geben, zielen, einschüchtern. Okay, das war einfach. Ah, es ist du. The man with two names and no past. Come on in. How'd you make out? Well, let's just say there are no more squatters. Okay. Well, I got your paperwork ready. Now, you sure about buying this place? It's really run down, and the price isn't too great. I think it would mean a lot for my wife. At least mean I was listening to her. Okay. Well, sign here and here. Mm-hmm. Now we own you, Mr. Marston, and we own Mr. Milton too, and we own your property. But you can buy your freedom each week. Eventually, you will be a homeowner. I understand. Congratulations. You are now a real American, indebted and owned by the bank. I'm joking. They own me. They just own your property. Now, you can also use this line of credit for any home improvements you need to make, of course. I can? Sure. Be good, Mr. Marston. Welcome to home ownership. It's a beautiful thing. Let your wife know what to complain about. Just joking. Well, it is you. Well, I never... I thought you was dead, boy. Dead. Uncle? No very same. Come here. I saw you going into the bank, and by the looks of things, you ain't robbed it. I've gone straight. Oh, bullcrap. No. For real. Well, I'm trying. All these years, you ain't changed a bit. Maybe a little bit. I thought you was dead. Not yet. Well, I got some things to take care of. No, not a problem. I'll come too. No, you don't have to. Oh, I'm real sick, John. Lumbago. It's a slow and painful death, my brother. Evidently. Have a little pity, will you? Huh? Come on, then. All right. Stimmt, das war ja unser Onkel gewesen. Nicht, was ich da gedacht hab, dass das so fremder war. Und der hat auch so ein abartig hässliches Pferd. Alter, was ist denn mit den Pferden jetzt los? Hilfe. Oh, oh Gott. Nicht umreiten. Schwein gehabt. Warum haben die so eine hässlichen Pferde, ey? Liegt das vielleicht daran? Ich hab ja meistens, äh, wenn ich jetzt aufnehme, äh, die play's ja eigentlich nicht am Internet dran. Außer jetzt so ausnahmsweise schon. Ich hab so eine hässlichen Pferde. Das ist furchtbar. Wo sind wir hin, du verdammt gruntin' fool? Das Ranch, ich... ein Ranch, ich habe gerade jetzt. Das ist das, was du in der Bank gemacht hast? Spendierst du all dein Geld? Oh, auf ein Ranch in der Armpit der West Elisabeth. Oh, mein Gott. Not that that's any of your concern, but I was in the bank borrowing the money. Oh, that's even worse. Yeah, you can run from a bounty, John. You can't run from a bank. Is Abigail there? No, she's, uh, her and Jack are waiting until I'm set up before joining me out here. Ha, ha, ha! So come I tell him, son. She left you? Oh, I never thought she was a smart woman, but, you know, this makes me think maybe I was wrong. No more of that. I just bought this place. And you're lucky I'm showing it to you and not looking for a place to bury you out here. Wait for me! Yeah, yeah. Muss mal hinmachen, alter Mann. So, da wären wir. Wird mal gespannt. Aber... Die war doch größer, oder? Okay. What do you think? Why exactly? Did you buy this dump? For Abigail? Why? Is she an idiot? No. What were you thinking? I don't know. She said she wanted it. She ever seen it? What are we gonna farm here? Rocks? We? You don't have a hope here without a wise hand at the tiller. Enough of that. Get out of here. On your way. No. You're stuck with me. Seems I'm stuck with you. John, the rock farmer. So, you think I'm an idiot? No. Oh, I know you're an idiot. Oh, I know you're an idiot. Oh, I know you're an idiot. I know you're an idiot. You're an idiot. I know you're an idiot. Ach, komm. Und wir können wieder mit dem Onkel. Wir werden uns hier richtig schön was aufbauen. Genau. Ach, der ist ja gar nicht so weit. Da brauche ich ja keinen Wegpunkt setzen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es genauso wird wie am Ende vom ersten Spiel. Da haben wir doch sehr viel vom Farmleben, sag ich mal, erlebt. Könnte dann vielleicht ein wenig ernüchternd werden. Ich möchte jetzt nicht vorausgreifen oder so oder irgendwas schlechtreden, aber es war damals zumindest ernüchternd. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Aber ich bin auch auf Sally gespannt, ob da vielleicht noch irgendwas. Ich glaube, du bist mein Proof, dass ich mich nicht mehr ausreden werde. meine Sins. Ich glaube, dass ich mich nicht mehr ausreden werde. Ich glaube, dass ich nicht mehr ausreden werde. Und ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr ausreden werde. Ich hoffe, dass ich nicht mehr ausreden werde. Ah, ich hab den Ort auch mal gehasst. Reisch. Natürlich. Ich frag den Saloon nach. Ich hoffe mal, der ist näher. Ist eigentlich scheißegal. Heeler. Saloon. So, ist eigentlich mein Hottehu... Ah, mein Hottehu ist ja da. Ich muss hier bloß aufpassen in dieser... Schönstadt. Warum hat der denn jetzt so einen Zittring gehabt? Ach ja. Sondern. Hör mal. Warum sehen die... Jedes zweite Pferd sieht total voran. So was ist, als ob es die Haut abgefackelt hätte. Okay, gut. Das jetzt nicht. Das war schick. Ist das hier wieder so ein Fall? Ah, zur Hälfte. Da. Ist das komisch. Guten Tag. Hey, Partner. You seen a big Indian guy? Indian? Hm. Sure. I seen hundreds. A big guy. Boxer, maybe? Likes fighting? Yeah. Yeah. Bare knuckle guy. Think he's... He's fighting tonight over at St. Saturnine's. Thank you. Thanks a lot. No problem, bud. War das der, war das der große Indianer-Kumpel, der mit uns am Ende noch von der Rockstory unterwegs war? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Aber piesel dich, Alter. Ich gucke die ganze Zeit, die ist gerade bloß auf die Karte. Ja, ja, wusste ich doch nicht, dass das hier näher dran ist. Ich bin ja, 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 ja. Das ist Uncle? Was hast du gemacht? Ich weiß nicht, ich bin alive. Uncle dachte, dass du vielleicht in eine Art des Problems warst. Ich bin ja, ich weiß nicht. Ich bin ein paar Dollar-Karte für ein paar Dollar. Ich bin ein paar Dollar-Karte? Ja. Und du magst das? Natürlich nicht. Ich bin ein paar Dollar-Karte. 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 Ich dachte, du bist tot. Natürlich. Abigail ist auch noch alive. Ich bin ein paar Dollar-Karte. 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 Entschuldigung, ich möchte ein paar Dollar-Karte. Auf die? Auf mich. Lone Wolf. Wie viel? Alles. Ich hoffe, das war die richtige Entscheidung. Wir gucken mal. Er lässt sich ja verprügeln, ne? Kann ich hier auch noch mehr ran? Nein, hier vielleicht. Nimmt sich nichts. Die Unbeaten, und da ich sagen, Unbeatable, Lone Wolf. Du wisst, wie das funktioniert. Keine Weapons, keine Vorfüten, keine Lachen wie ein Beiniger Kind. Alles andere geht. Du gewinnen mit Knochen, du gewinnen mit Retirement, oder du gewinnen mit Death. Wir haben eine gute Kampf, Leute. Wir halten es clean, aber nicht so clean. Ja, aber warum sollte ich ihn ausspülen? Halt ihn, Lone Wolf! Halt ihn, Charles! Was? Was ist denn gut aus? Try and stay out on your feet, you hear? Come on, Lone Wolf. Gotta get you the hell out of here. Hey, Lone Wolf. Whoa. How? Made my month, but you also made some fellas mighty unhappy. So it goes. Here's your share, partner. We just made the bed. So you keen on staying around here or heading off with me and Uncle? But, John, I haven't seen you two in years. I know. But right now, my sense is you just need to lie low. Where? We got a little place up past Blackwater in the high country. Okay. I gotta grab my baggage. I booked a steamer heading upriver. That's why I was pretending to throw the fight. Okay, boys. I'll meet you at the bridge outside San Denis. What are you doing? Just have a few urns of room. You're useless. I am a deep thinker. Be quick. Come on. Ich glaube nicht, dass das so einfach wird, seine Sachen holen. Aber, komm, 40 Dollar? Nice Sache. My bag's on the dockside. So, what happened? You mean back then? Arthur helped me get out. Gave me a chance to live, I guess. You know that Arthur... Sure. Work got to me up north, so I went back and buried it for Miss Grimshaw. I had to run. If any of us have been found, we'd have... Well, of course. I understand. He's where you would have wanted to be. Pretty hillside facing the evening sun. He gave me his satchel. With some of his things in it. Remember that journal? He always drew in. I got it. I'm a bit of a draftsman myself nowadays. Okay. He was a good man. As much as any of us could be. Getting sick like that has to rattle a fella. Ach, warte mal hier. Quatsch, das ist der Charles aus unserem Lager, oder? Der rot... Oh Gott. Stimmt. Ex- Schnauzer. I heard all you were dead. Or I might have come looking. And me, the same about you. Dutch? Who knows? Dead? Maybe? I'm not sure. I heard all kind of things, but... One thing I know, he ain't around here. I ain't heard nothing real in years since... Well, that time. Nor me. Micah. I hope that bastard's dead. You know, he was the one speaking to them agents. What? Putting them on us the whole time. Or... Since before I got off Sissica. They picked up Strauss. The agents. Made a real mess of them. I heard he died in custody. Never said a word. Huh. I guess some folk is strong in ways you can't see. Everything that happened. All those deaths. Micah? None of us is innocent in that. Dutch, least of all. No, I don't think we would have had to make those calls. All that mayhem. If it wasn't for... We were on a very bad path. And Micah Bell dragged us into the abyss. Okay. Uh, hold on. What? Careful. Why? Those are Guido Martelli's men. Who? He... Uh, he used to work for Angelo Bronte. I've only been here an hour. Hey! Come over here. What now? Well, we go left. I go right. On three. Mm-hmm. Three. Oh, stimmt der. Nein. Yeah, but deadly. Nah, come. Oh, ernsthaft? Okay. Okay. Der hier oder der verranzte Wagen? Wahrscheinlich der verranzte Wagen. Hä, was? Okay, und ich darf wieder schießen, ja. Hab ich keine... Ist ja schön, dass ich so viel Münster nicht abgenommen brauche. Toll. Na, sollte ich vielleicht noch nicht brauchen. Ich glaub, die werden noch ein bisschen... ...bisschen saurer, oder? Okay, Herr Schein, tu es noch, was zu lange zu gibt. Okay. Okay. Okay, Herr Schein, tu es noch, was zu lange zu gibt. Das ist so eine Scheinsteil. Das ist so eine Scheinsteil. Na, nur ein bisschen. Und ich hoffe, das wird wieder mit einer kleinen Zwischensequenz gemacht. Das wäre mir ganz lieb. Es ist... ...tolles Spiel. Tolles Spiel. Tolles Spiel. Schön, schön. Hätte ich mir ja gar nicht ausblenden brauchen unbedingt. Sondern hätte ich auch schneiden können. Aber na gut. Du kannst gegenstehen. Ja, das ist schön. Ich wollte jetzt nochmal gucken. Okay, den Onkel haben wir hier. Aber ich habe doch gerade noch Miss Adler gesehen. Das Ding ist... ...machen wir noch was mit dem Onkel. Das könnte eine kurze Geschichte werden. Wir haben zwar... Also ich habe zwar nach meinem Zeitplan nicht mehr so viel Zeit. Aber wir gucken mal. Die Dinger waren ja sowieso nicht so lange. Ah, fühlt sich wie altes Zeiten. Und wenn du all angry bist, es nicht gonna change nothing. Du bist nicht so glücklich. Und ich meine das literally. Du hast keine Hoffnung. Ich meine, look at you. Look at this place. Your dream home. I've had better nightmares than this dream. Oh, darling Abigail. I've changed. Come live with me in an outhouse. I wouldn't ask my worst enemy to take a shit in. What are you trying to say? It's awful. It's a dump. The house has got to go. Get some self-respect, you miserable sack of shit. Build a house a lady'd set foot in. The place just needs a woman's touch. It needs leveling. No woman would touch this place. Now, I reckon these horses can have it down in a minute. Here, come on. Tie that end around the horses. You loop that end around there. Horses will pull it clean down. We good? I think so. Alright. Well, let's get going. Now, just pull. You got this, John? I'll go when you do. Das ist so klar. Aber wo er recht hat, hat er recht, der alte Mann. Na ja, komm. Das ist so klar. It's coming! Got it! See? I told you it wouldn't be no trouble. And now? Now we head into town, buy ourselves a house, right out of a book. Same as if it were a bicycle. Where in town? There's a fella by the train store. Cakes hardwood and timber. Okay. You keep working here. But if I don't go with you, who's going to tell you that? Just need a bit of peace and quiet from your incessant yapping. Charles, make him work. Whip him if you have to. Come on then. Hey, was willst du da? Was willst du machen, da? Aber warte mal, ganz ehrlich. Ein bisschen Zeit haben wir noch und ich muss ja bloß in die Stadt reiten. Kann ich mich jetzt hier eigentlich noch irgendwie mal rasieren oder so? Mal kurz gucken. Schlafen will ich nicht. Setzen will ich mich auch nicht. Habe ich hier irgendwo ein Spiegelchen? Was nehmen? Auch Bierflasche. Haben wir uns verdient. Genau, hau weg. Ich würde ja bloß mal gucken gerne, ob ich... Ne, umziehe. Oh Gott. Bist du schon besoffen, Junge? Ich will mich nicht umziehen. Oder hier vielleicht? Irgendwo muss man... Irgendwo muss man sich doch hier rasieren können. Ich würde doch bloß den kack Bart weg haben, Mann. Oder muss ich dazu in die Stadt? Äh. Na gut. Scheiß drauf. Da leben wir mit dem Bart. Ja. Ach nee, das ist... Nee, das ist ja gar nicht. Jetzt hätte ich bei Charles ein Pferd genommen. Ich höre die Gang. Na gut, dann wollen wir mal zur Sally, wa? Wir brauchen ja auch noch mehr Kohle. Und sie wollte, wenn ich es jetzt richtig... Komm. Das ist echt zu hoch, finde ich. Wenn ich mich richtig dran erinnere. Geht doch. Ähm. Die Bank ausräumen, oder? Und der, wo wir uns erst Geld geliehen haben. Na, Marco. Boah. Geht mir. Nein, warum? Mann, verpisst euch. Geh mir hier auf den Sack. What the fuck? Okay, du Bräcksack. Ja, sorry. Dafür kann ich jetzt aber nichts, ne? Komm, 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 komm. Schneller, ich wollte gerade sagen. Schiss, du Bastard. So. Es kann weitergehen. Und Gott sei Dank ist die Mission noch da. Ich habe nämlich erst Schiss gehabt, dass das vielleicht... dass das vielleicht so ist. Oh Gott. Das dann wieder kommt hier wegen meinen Sachen, die ich hier in der Idee begangen habe. Gibt es die Mission jetzt auch immer nicht. Aber ich glaube, bei Hauptmissionen ist das sowieso eine Ausnahme, oder? Naja, wir gucken mal. Gute Miss Adler. Absteigen, da bin ich mal gespannt. Guten Tag. Oh, John. Oh, John. Come sit down. Sure. You, uh... You got any work? Yeah. Well, there's always work. Whole country's getting robbed. Robbing or stopping robbers. Well, seems like there ain't much else in this world except... Bastards. Victims of bastards. And the bastards who want to put the bastards in the ground. And which are you, exactly? Me? In my time, all three. But same as most people. I guess. Funny thing about this job, well, opportunity, I just might get to be all three again. How you mean? You ever heard of Shane Finley? Cattle wrestler? Murder, thief, child killer. He's wanted in five states. I caught him last week. He was disguised as a lady in a house for fallen women. I was bringing him in, and I got robbed. A professional rival of mine, James Langton. Oh, he's a nasty bastard. I didn't much like him even before he robbed me. That happened a lot. This line of work. Yeah, but they're all people like me. Anyway, now they're holed up in the desert down south, waiting to head north so they can hand him in to the state troopers in the north country. I'd given up on the job. It's just a bad lot. But now that you're here, maybe we can go rob him back. Is the money good? Yeah. It's real good. Plus, I don't much like getting robbed by no one. Come on. Where is it for him? He's the guy who's the talk of the town With the restless guard Don't you bother to fool him around Keeps the vomit on the run Boy, keeps the vomit on the run You may think he's a sleepy type guy Always takes his time Soon I know you'll be changing your mind When you've seen him use a gun Boy, when you've seen him use a gun He's the top of the west Always cool, he's the best He keeps alive with his car Forty-five He's the top of the west Always cool, he's the best He's the best He keeps alive with his car Forty-five Who's the guy who's running to town In the prairie sound You won't bother to fool him around When you've seen him use a gun Boy, when you've seen him use a gun When you've seen him use a gun You won't bother to fool him around You won't bother to fool him at both